Ja! Andrew, jetzt mal ganz langsam, Mann. Was willst du mir eigentlich sagen? Muss ich dir persönlich zeigen. Komm einfach her. Hey, Richie. Wo sollst du denn gehen? Nach Hause. Ja, ja, kannst du später noch. Fahren wir den Schlitten. Molly? 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 Oh, hat sie jetzt geballt? Was? Wo geht's hin? Macht ihr da?